Wenn wir über den Sinn des Lebens sprechen, so ist dies nicht nur ein philosophisches und abstraktes Thema, sondern zugleich ein zutiefst persönliches. Sinn im eigenen Leben zu finden, hat für sehr viele Menschen damit zu tun, ihre individuellen Qualitäten zur Entfaltung zu bringen und ihre eigene Bestimmung zu leben. In der jüdischen Mystik finden wir den Gedanken, dass jede Seele mit einem spezifischen Auftrag auf diese Welt gekommen ist. Diesen Auftrag zu finden und zu erfüllen, ist die Aufgabe, die wir in diesem Leben haben. Bei diesem Auftrag geht es jedoch nicht nur um bloße Selbstverwirklichung im postmodernen Verständnis. Dieser Auftrag ist gleichzeitig Beitrag. Es geht um das tiefere Verständnis seiner selbst im Kontext der Welt. Denn nur wer weiß, wer er ist und aus dem, was er tut, schöpft, kann der Welt das Beste seiner selbst zurückgeben. In diesem Sinne möchten wir die Sinnfrage in diesem Jahr aus ganz persönlicher Perspektive stellen. Unsere Referenten, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, werden am Samstag ihre ganz individuellen Antworten geben auf die Frage, die uns alle zutiefst bewegt. Wir vom DAI würden uns sehr freuen, wenn Sie am Samstag mit dabei sind, wenn es heißt, Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? What? would you du mal reagieren? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Besonders